3, 2, 1, yo leute herzlich willkommen zu der neuen runde smite der conquest map hallo ich begebe mich mal in das kalte wasser und jungle mit thor kann auch eges nehmen weil kauft man spezielles ich glaube ich würde dir sogar zu dem eges raten wenn ich so nachdenke weil dann kannst du den zeus blitzen vielleicht das eine oder andere mal entgehen du kriegst das ja hin den speed buff ja du kannst mir schon einmal eine 1 rüberschießen gerne seien du hast jetzt die 3 geskillt dann brauchst du die nicht rüberschießen ich hab ich hab die 1 1 1 1 1 1 1 1 reicht aber ich kann das nicht machen hat sie noch nicht aber ich habe hier ein neues social remote nur sechs sekunden und den knaller irgendwas pixelmäßig finde ich ein bisschen schade dass man seine eigenen im holz so schlecht sieht aber ich sehe es ja passt ja irgendwie wir sehen so aus wie team ja ich auch da habe ich ja schon mal vielleicht in der ein oder anderen folge hat jungen sehen der weiß ich bin definitiv kein man aber ich gebe mein bestes man pusht permanent oder bleibt dir überlassen also du musst halt bedenken ist gar nicht bei mir okay dann wird die sache einfach das heißt so ist es du stimmt ja aber keine die carry ich komme direkt auf der lane ich bin nämlich gerade daneben ja der ist weg und wie ich mir als erstes chronos holen werde ich komme ich hoffe ich glaube das ist in unserem drange da wird mich gleich hier wahrscheinlich mal suchen kommen ne vorsicht wir machen den red kann auch sein ja dann kannst du dir jetzt auch abholen ja also nach der wave ja solange du den red dann auch aufnehmen kannst aber ich brauche halt die minions weil ich fliege gut einmal z und dann geht es wieder das ok 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 ja ich gehe jetzt auch weg we kaufen weg damit er läuft zurzeit also hilft den anderen hier aber auch eine komische konstellation hercules und so ist auf einer lane nicht schlecht aber ist klar ja klar ich habe kein mann also ich kann ja gerade nix mehr helfen das aufpassen mit dem seine feuerbälle kosten in kann man ja bleiben für daneben geschossen wie viel leben hat er ich hätte man dafür eine holt ja sonst machen das bieter der steht an seinen tower und nicht wie vor ok gibt mir schnell die den gold das dauert hier lange ich habe die mese mit schon danke ich glaube ich würde so weg mal helfen hat der akten die eigentlich noch sein ja der akte hat man seinen egen passen leider ravena konnte zu der kommen und er kommt zu mir er kann ich auch sagen schrei wenn er Hilfe braucht rea braucht hilfe kannst vielleicht snacken tschuldigung moment brauchst du Hilfe ja ok da komme ich hier nicht mehr ja ja so weg ist gut so na komm die minizieren mache ich noch wenn so weg hat dann bloß auch die gefallen dass hier irgendwann noch kommt no risk no fun ich sollte ab und zu mal noch weil das wirklich nicht da das ist ja nicht verkehrt besser als wenn du nicht sagst ich mach mir mal mein redner dass die mit der gleiche gegengt wird ja ich bin aber auch hier in der nähe also wenn er meine hilfe brauchst du bescheid ich bin ja ich brauche dann hilfe hat mir gerade den speedpuff geklaut der wixer aber du hast ihn wohl für ihn nicht so ich mache mal im weg dass ich gleich mal die mitte kommen falls ihr weg willst kann ich jetzt auch gleich erhalten wir gehen die bälle auf den sack die er vom himmel schmeißt ja das mies weil der hat im prinzip hat dadurch immer wieder so ein poke den er dir reindrücken kann noch alles alles klar da ist wer glaube ich ja melona du kommst ja nicht halt weißt du wir brauchen ja definitiv hilfe und deine mitte ja ich versuche so schnell zu kommen wie geht ich war gerade weg ja jetzt hat der ravena mich doch noch gekillt die kommitte immer hat euch der subic am meisten der mensch gemacht aus unserem team ich war die ganze zeit um ihren poken ist da auf der lehne ich hole mir den speedpuff und dann komm ich mal zu dir wobei belohner gehe ich mal hin hilfe komm wer klar dann wir kommen klar 1200 das war einer zu viel für hercules ich brauche noch eben 50 gold die warte ich ja ist okay kommt der tor in der mitte er war noch ein hit jetzt mal als nächstes kommt dann steck musst du dir schnell nehmen ich glaube er ist gleich weg ich kann die langzeit habe ich noch ja jetzt okay ich rote da rein Ja. Oh. Ne, doch nicht. Ich dachte erst Zeus kommt von rechts. Ja. Dem war wohl nicht so. Kommt er da klar? Oh. Ah, what? Äh. Okay. Einfach schlecht. Geht ihm so weg mal helfen, ne? Hä? Wieso steht... Wieso macht die den Blubuff und er steht daneben? Warum lässt er sich denn nehmen? Ach ja. Ja, weg mit der. Da ist der Apfel gerade unglücklich abgeprallt. Was ist denn das hier? Ja. Gut. Was ist denn das hier? Ich weiß gar nicht. Also kann ich auch nicht wissen, was das für eine Melodie ist. Einmal den Damage-Buff bitte. Aber ich mach mir den selber. Ja, wird schon im Prinzip da. Gut, dann mach ich mir eine XP-Camp. Ja, aber wir müssen aber nach rechts. Da guckt er dann, was die da veranstalten. Ja. Ja. Alles klar. Da muss ich mal irgendein Damage-Buff vorbeigehen. Ah, weg mit dir. Ah, guck immerhin Ravenna hinter uns. Das war knapp. Ich holte doch an. Der hat irgendwie schon wieder kurz vor knapp weggesprungen, vor der Apfel ihn getroffen hätte. Ja. Warum können die nicht einfach sich mal den Kampf stellen? Naja. Na, ich muss glaube ich mehr Major spielen, ne? Weil ich die Mitte nur halten kann, aber ich kann sie glaube ich noch nicht gewinnen. Auch wenn er gegen Agni zurzeit nicht schlecht aussah. Na, das kann aber auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich verlaufen, ganz ehrlich. Ja. Aber ich kann im Prinzip nur 2-3 Mages. Halb. Figs. Agni! Vor euch. Was veranstalten wir denn jetzt hier? Nein! Ach komm! Er töte ihn in der Sekunde, wo ich mal... Ey, jetzt hab ich aber echt Pech mit meiner Ult hier. Wir nehmen den Rapper von denen, der liegt noch da. Na, zu spät. Egal. Ich lauf nicht durch das Feld da. Ey, das ist schon zum dritten Mal gewesen, dass ich einer kurz vor, bevor ich die Ulti abgeschossen habe, weggeportet hatte. Ich hab echt Pech in dem Game. Tja. Hast du der eine Hüpfel über die Wand? Und... Egal. 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 Speed Buffs. Oh, ne... Ich muss mir einfach die Kills auf den anderen Lanes zungen. Ja. Ist ja echt so, wenn du in der Mitte keine Kill zohlen hast, dann musst du halt auch bei anderen Lanes die Kill zohlen. Ja. Kommt ja auch selber hinaus. Nur, dass wir ja auch damit klarkommen müssen, dass Agni dann logischerweise auch anpackt zu romen. Ja. Also entweder macht er ja viel mehr Druck in der Mitte oder er fängt dann zu roben. Und ich denke, letztere ist gerade der Fall. Red Buff liegt. Ja, sofort. Meinst du mal bei den Zeus Kill? Hilfe! Jetzt aber! Endlich getroffen! Die Ulti! Oh, oh! So rein! Geil! Boah! Geil hochgeworfen, muss ich sagen. Der war nice. Der war kürzer surrender. Hätte ich nicht gedacht hier so. Deck item vielleicht ein bisschen spät gekauft. Der Tower ist drin. Meinst du mal gleich noch zu Goldfury? Äh, ja. Vielleicht. Na, okay. Oder so. Bin ich auch mit einverstanden. Geil hochgeworfen. Ja. Du musst nur ein Spiel auf jeden Fall nehmen. Ein guter Spiel! Geil hochgeworfen. Jetzt steht da noch defeat. Fass auf. Hehehe. 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 Wer war das? Wer ist das? Ich könnte wetten. Obwohl, ne. Die Belohner. Wer genau soll resident sleeper hier sein. Niemand heißt so in diesem Match. Hehehe. 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 Guck mal kurz was in der chest drin ist. Ja. Das ist doch mal wieder. Boah. Ein voice pack von Toph. Er hat sich gelohnt, ey. Ja. Guck mal. Besser als ein Avatar. Jetzt wo die reduziert sind wir da auf jeden Fall sind. Keine Skin. Ja. Guck mal. War doch wieder eine nice Runde nach den, äh. Nach den Niederlagen die wir jetzt einstecken mussten. Mhm. Ja. Wieder aufbauend. War gut. Ja. Und dann, äh. Bedanken wir uns herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Können wir ein Like geben. Ja genau. Können wir ein Like geben. Oder können auch den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.